Ihr Lieben, ich darf euch heute zu später Stunde noch einen kurzen Hinweis geben. Wir haben Halloween-Abend, der Hund bellt, es klingelt ständig. Und ich möchte euch kurz hinweisen auf das neue Buch von der Eva Marquez, Seelenheilung und energetischer Schutz, Befreiung von Besetzungen außerirdischen Implantaten und negativen Einflüssen. Wirklich ein ganz, ganz tolles Werk, das sie jetzt bei uns vorgelegt hat. Und pünktlich dazu, kurz darauf, erschienen ist Kontaktaufnahme mit der kosmischen Familie. Auch das ist eine großartige CD, wieder eingesprochen von der Katrin Meier. Und das ist die deutsche Stimme von Pavlina auf den CDs. Und es geht darum, dass die Sternenfamilie Übungen bereitgestellt hat aus dem Buch DNA-Aktivierung durch die Sprache des Lichts, durch die kosmische Familie, so hieß das Buch, die CD hieß Durch die Sprache des Lichts. Und die sind jetzt in richtig verwendbarer, für Meditationen und Übungen verwendbarer Form auf dieser CD Kontaktaufnahme mit der kosmischen Familie erschienen. Und wie gesagt, sehr schön dazu Seelenheilung und energetischer Schutz. Und damit, meine Lieben, möchte ich euch den Abend freigeben für den Rest von Halloween und wünsche euch viel, 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 viel Freude. Seid gesegnet. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.